Das allererste Projekt des Vereins. Eine knapp zwei Hektar große Fläche bei Binau am Rande des Odenwaldes. Heute ein wunderbares Fleckchen Natur. Hier haben sich viele verschiedene Pflanzen und Tiere angesiedelt. Dabei sah es auf dem Gelände vor vier Jahren noch ganz anders aus. Das ehemalige Wildgehege war verlassen und zugemüllt. Bis der Green Forest Fund die Fläche kaufte, entrümpelte und Bäume setzte. Umweltaktivist Thorsten Walter will der Natur wieder mehr Raum geben. Wir wollen Wildnis schaffen, Bäume pflanzen, die ewig wachsen dürfen, die nicht forstwirtschaftlich genutzt werden. Wir wollen Lebensräume schützen, dem Flächenfraß etwas begegnen, Tieren Lebensraum geben, wo sie sich frei entfalten können, die Natur sich selbst überlassen. Mehr unberührte Wälder in unserem Land. Eine Idee, die viele Anhänger findet. Tausende haben den Verein schon mit Spenden unterstützt oder helfen, wie hier, mit ehrenamtlicher Arbeit. Fast 100 Hektar hat der Green Forest Fund inzwischen erworben, 26.000 Bäume gesetzt. Eine gute Initiative lobt der Landeswaldverband. Doch um das Klima zu retten, brauche es noch viel mehr. Man müsste weltweit ca. 1,3 Milliarden Hektar neuen Wald aufworsten, um das überschüssige CO2 aus der Luft, aus der Atmosphäre zu binden. Und jeder von uns muss zunächst einmal seinen eigenen CO2-Fußabdruck verkleinern, durch Energiesparen, durch Fleischversicht, was man alles kennt, um überhaupt einen wirksamen Beitrag zu leisten. Das Klima retten mit der Wildnis von morgen. Davon sind nicht alle begeistert. In Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis stoßen die Umweltaktivisten auf heftigen Widerstand. Fast 200 Bäume mussten sie von ihren Grundstücken wieder entfernen. Der Waldanteil sei schon groß genug, sagen Landkreis und Stadt. Was man sowieso schon überall sieht, nämlich Wald. Also der grüne Balke, das sind Waldfläche auf Eberbach. Wir haben auf Eberbach 79 Prozent Wald und das ist das, was an wirtschaftlicher Freifläche übrig ist. Und die soll offen bleiben. Thorsten Walter hat gegen die Entscheidung Widerspruch eingelegt. Die vielen bürokratischen Hürden frustrieren ihn. Ich habe manchmal den Eindruck, als wäre es einfacher, einen Penny- oder Lidl-Supermarkt irgendwo zu errichten, wenn man doch dann Arbeitsplätze damit schafft, als Flächen zu kaufen und Naturschutzprojekte darauf zu realisieren. Aufgeben ist für ihn aber keine Option. Er will weiterkämpfen. Vor kurzem hat der Green Forest Fund neue Flächen gekauft und bepflanzt. Damit der Urwald von morgen auch bei uns eine Chance hat.